Was? Wer ist Ned? Oh nein. Ich schreibe Kerner. Oh nein. Wie soll ich gegen mich selber gewinnen? Das sieht auch geil aus. Hatten die Game-Designer eine Menge Spaß. Sie durften sich ein wenig austoben. Der Terror-Furie. Es ist verrückt, oder? Es ist verrückt, oder? Es sieht aus wie du, wenn es stirbt. Ding, ding, ding. Oh, ja, ja, ja. Das ist es, oder? Ja, es sollte sein. Es besser sein. Okay, na dann mal los. Ich dachte, jetzt kommen 2B to continue. Oh, yeah. Pam, Fleischpeitscher. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay, das geht ja. Das ist ja nicht allzu viel Schaden. Wir haben eine ET bereit. Machen wir auch mal, oder? Au. Komm schon. Komm schon. Wir konnten nicht so einen Schuss machen wie der. Oh, das war gemein. Okay, mit B können wir das dem entgegenwirken. Komm schon. Komm schon, Bastard. Komm schon, Bastard. Oh, mein. Das wird ein Kampf. Das wird ein Kampf. Das wird nichts. wenn wir die Wut wieder vollkriegen müssen oh heilige wir sollten weg, wir sollten weg, wir sollten weit weg uuuh 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 ooooh das ist mies okay jetzt können wir wieder reagieren warte diesmal nicht pam, pam und nochmal pam ne, ne, ne also wenn ich mich krass verbessere, dann wird das nix weg, 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 weg da muss man eine Distanz aufbauen das ist echt schrecklich okay, und hin da weg, 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 weg uuuh, du kommst da nicht das, dem muss ich irgendwie gegenwirken das funktioniert so nicht das ist einfach richtig mies du willst hüpfen genau in dem Moment, du hast so hochgeschleudert und dann kommen auch noch die beiden strahlen, so dass du null Chance hast oh man stirb endlich und wir gehen drauf, wir gehen drauf, wir gehen drauf naja, machen wir eine machen wir es halt nochmal oh man, oh man, oh man das wird ein schwerer Kampf oh mein Gott, oh mein Gott oh mein Gott, oh mein Gott jetzt macht es fertig das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht komm schon oh man es wird nix und ich presse B und das funktioniert nicht oh man okay, nochmal knapp dran also der ist wirklich fett der ist der macht einen Schaden das ist ungeheuerlich und lässt sich am Anfang einmal schön auf den Boden schmeißen und danach irgendwie nicht nochmal und boomt er sich die ganze Zeit weg macht seine scheiß Fernkampf-Angriffe und ist aber so lange außer Gefecht gesetzt komm schon funktioniert das, funktioniert ja nicht ich drück ganz oft A, aber ich krieg es nicht abgewendet nein okay, ich dachte schon okay, was ist jetzt? funktioniert nicht mehr oh man kriegt sie alle ab das ist, oh, das war knapp was ist jetzt los? es leuchtet nur noch alles es funktioniert einfach gar nicht mehr okay, und go wir sollten hin, wir haben nicht mehr unsere Zeit läuft was ist jetzt passiert? alle tot kämpft gegen Yasha, so ist es gut also in range gone nice back, 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 back ja, wir waren noch betäubt, deswegen hat das jetzt nicht funktioniert denke ich mal vielleicht funktioniert es auch mit der, ähm mit der, ähm Anzeige, die uns weniger Schaden erleiden lässt ist der, 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 ja ok, hat funktioniert das wird dieses Mal ein richtig knappes Ding Go, go. Da werden wir mal dranbleiben. Manu! Das war, glaube ich, zu schnell. B, 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 B. Manu! Hört ihr das Klicken vom Controller? Ich kann nicht schneller B drücken. Oder muss ich es nur in dem einen Moment? Vorhin hat es noch ein paar Mal geklappt mit schnell drücken. Das wird... Jetzt ein paar Mal hat er sich da wegwerfen lassen. Diesmal nicht. Aber so scheinen wir dem Schaden ausweichen zu können, den wir da einstecken würden. Komm schon, schmeiß dich endlich hin. Nee, noch nicht. Ich muss genau in dem Moment, muss ich mich rollen. Und das ist verdammt schwer. Das Timing so hinzukriegen. Nee, wieder nicht. Ach, das wird doch nichts. Das ist ne... Das... Ich muss mal... Ach, Fernkampf. Wir haben noch gar nicht Fernkampf probiert. Oder mit der Anzeige funktioniert das halt wirklich einfach so nicht. Ah, ich muss tatsächlich... Aber das ist... Wundert mich halt, weil manchmal kommt die Anzeige, manchmal kommt sie nicht. Manchmal wartest du drauf, dann kommt sie nicht. Das ist ein bisschen nervig. Oh, B auf einmal. Vorhin war es die ganze Zeit Y. Meine Ohne. Okay, diesmal jetzt funktionieren. Go, 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 go. Okay. So schlecht sieht es doch gar nicht aus. Okay, wir bleiben nochmal weg. Oder das schießt ein Ding, was ich zurück schleudern kann. Gut, 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 gut. Tschuuu. Das haut ordentlich rein. Das ist genau wie so ne Bodenfase. Okay, und... Y-Lander. Jawoll. Jetzt machen wir uns B. Huh. Ah, es läuft gut. Sieht gut aus. Und LT und Runner, ne Feind. Bleib jetzt hier, meine Zeit läuft ab. Diesmal wurde es wieder nicht angezeigt. Das ist nervig. Pam. Nice. Und go, go, einmal noch. Oder eventuell zwei. Mal gucken. Da bleibt man ja lieber liegen, ne? Oh, man kann es nicht vermeiden, dass man zweimal getroffen wird. Das ist ja nervig. Oh, jetzt kassieren wir wieder. Und es wird wieder nicht angezeigt. Oh, das könnte ich ausrasten. Was soll das? Pam, jetzt presst das Ding voll. Mann. Fall auf den Boden. Das gibt's doch nicht. Ah. Verflucht seist du. Wenn du diesen blöden Brocken wirfst. Warum hat man da manchmal eine Chance, das zurückzuwerfen, aber manchmal nicht? Was soll das? Warum konnte ich dem am Anfang ausweichen und jetzt nicht mehr? Obwohl ich das gleiche tue wie vorher. Ach ja, ich wollte ja mit dem Fernkampf auch probieren. Machen wir gleich. Wie lange wir dran sind, machen wir das ja. Fall endlich hin. Funktioniert das? Oh, du verdammt langsam. Nee, funktioniert gar nicht, oder? Aber naja. So kommen wir dem Erfolg näher, dass wir, ähm... Ah. Ah, das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Das mit dem darauf reagieren, dass man das nicht... Also, wenn man gerade in der Situation ist, dass er das dann auch ignoriert, oder... halt, dass er es manchmal anzeigt und manchmal nicht, das ist schon ein bisschen nervig. Oder dass man sowas ausweichen kann, indem man im richtigen Moment nach vorne rollt. Ich weiß nicht, ob das so planbar. Ich weiß nicht, ob das so planbar ist, ob das so planbar ist, oder ob das so planbar ist, oder ich schaffe es immer in der Mittelfase aufzuholen. Und danach... Und danach... Die wieder ordentlich abzukacken. Aber nun gut. Trauen wir nicht vergangenen Zeiten hinterher. Besiegen wir dieses Ding. Manu, komm her. Diesmal wieder die ganze Zeit B gedrückt. Hat funktioniert. Wenn ich es das nächste Mal wieder mache, funktioniert es wieder nicht. Komm schon. Wir krepieren wieder. Oh, ist das nervig. Mit dem Wegbeam. Hast du gerade irgendeine Attacke aktiviert? Das funktioniert wieder nicht. Aber ich habe diesmal keinen Schaden bekommen. Äh, das ist... Weiß ich nicht. Das wirkt so ein bisschen willkürlich. Mal so, mal so, mal. Ach, keine Ahnung. Ähm, ja. Was machen wir? Wir brauchen die LT nicht wirklich. Äh, doch schon. Die Frage ist, wenn ich jetzt rausgehe und das Ender, die Anzeige, auf weniger Schaden zum Beispiel. Und dann müssen wir nochmal die ganze Mission machen. Das mag ich eigentlich nicht. Also bleiben wir dran. Wir bleiben dran am Bein. Und haben wieder direkt den ersten Eingefangen. So war es, wie das funktioniert. Okay, wir gucken wir uns mal mit abhauen. Defensiv, so wie es wahrscheinlich gedacht ist. Vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht war ich ja einfach zu offensiv. Perfekt. Das unterbricht ihn ja immer. Dann haben wir einen Moment Zeit. Und wieder abhauen. Sehr gut. Schaden vermeiden. Das ist das A und O. Und weg, 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 weg. Okay. Bis jetzt läuft es doch Tutti. Dann bräuchte ich eine Anzeige, die unser Leben wieder auffüllt. Durch irgendwas. Kommt der, geflogen. Geh lieber weg. Oh. Deswegen ist es manchmal Y. Und wenn ich das Dauer presse, dann funktioniert das natürlich nicht, wenn da gerade eine andere Taste ist. Wenn er unterbricht, zeigt er es auch gar nicht erst an. Okay. Das ergibt natürlich Sinn. Okay, wir müssen abhauen. Uuuuuhh. Go, 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 go. Fressen. Okay, halb, halb. Ich gebe zu, es sah schon mal besser aus, aber okay. Und boot. Ich habe es zurückgedrückt. Oh no. Aber dieses LT nur, das, äh, reißt es nicht raus. Und wieder weg, wieder weg. Ich werde auch weg. Weg, 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 weg. Uuuuuh. Also schadens technisch wird das wieder nichts. Und weg, 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 weg. Ich komme nicht weiter weg. Ach, das Spielfeldrand. Oh, das ist ja auch mies. Ja, das war's. Ah. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017